Quellen sagen mir, dass in den letzten Monaten im Hauptquartier von Arschwell völliges Chaos herrschte und Megan im Mittelpunkt eines totalen Wutanfalls stand. Während die Belegschaft massenhaft vor ihrem toxischen Verhalten geflohen ist, scheint Megan der Druck, ihr Eitelkeitsprojekt weiterzuführen, nachdem sie als arbeitende königliche Familie gekündigt hat, zum Treibstoff geworden zu sein wagt es, ihre Forderungen in Frage zu stellen. Der Stress habe Megan an den Rand des Abgrunds gebracht, berichten sie. Es heißt, dass in den letzten sechs Monaten nicht weniger als 15 wichtige Mitarbeiter von Arschwell gekündigt haben. Als Grund für den Rücktritt nannten sie Megans unbeständige Stimmungsschwankungen und ihr zunehmend unberechenbares, kontrollierendes Verhalten. Mitarbeiter erzählten Freunden, dass sie Angst um ihre geistige Gesundheit hätten, wenn sie mit einem solchen Tyrannen als Chef zusammen wären. Es heißt, dass Megan regelmäßig bei kleinsten Problemen an Wutanfälle ausbricht, Telefone, Computer und sogar Dateien durch Räume schleudert und dabei aus vollem Halse wie ein verrückter Brüllaffe schreit. Kollegen kauerten in Tränen und fragten sich, was jeden Tag für eine neue Hölle auf sie wartet. Sogar treue Helfer, die Megan aus Großbritannien folgten, sollen vor Angst davon gerannt sein, als sie diese unbeholfene Seite von ihr sahen, der sie als arbeitende Rolls nie ausgesetzt waren. Sie sagen, diese Frau habe keine Ähnlichkeit mit der gelassenen Fassade, die Megan für die Kameraoptik auflegt. Freunde von Mitarbeitern erzählen, wie ein armer Angestellter versehentlich eine E-Mail an die falsche Mailingliste schickte, was Megan dazu veranlasste, ihn mit einem Hefter durch das Büro zu jagen und zu schreien, sie werde ihn verdammt umbringen. Harry war gezwungen, sie zurückzuhalten, der sie wie ein tollwütiger Hund schaum vor dem Mund hatte. Anscheinend bringt jede kleine Störung im Arbeitsablauf Megan in Anfälle, in denen sie ganze Räume mit einem Baseballschläger zerstört und dabei markerschütternde Schreie ausstößt, die man auf der Straße hören kann. Die Nachbarn flüstern jetzt volle Angst über die mysteriösen Schreie, die aus dem Archway-Gebäude kommen. Die verheerende Personalflucht hat Archway in Bedrängnis gebracht, und es ist niemand mehr übrig, der sich um die grundlegendsten Büroaufgaben oder die PR-Koordination kümmert, während auch erfahrene Kommunikationsmitarbeiter tanzten, weil sie es leid waren, Megan um drei Uhr morgens ins Fels zu schicken. Telefonanrufe zum Zusammenbruch Eine Produktionsassistentin, die Harry als persönliche Gefälligkeit eingestellt hatte, erlitt offenbar nach nur einer Woche Megans Misshandlung einen völligen emotionalen Zusammenbruch. Quellend zufolge schleuderte sie so viele abscheuliche Beleidigungen in ihre Richtung, dass der arme Mann sich übergeben musste. Er musste wegen eines Traumas ins Krankenhaus eingeliefert werden und leidet nun unter Belästigungen am Arbeitsplatz. Da alle kompetenten Manager schon lange nicht mehr da sind, sagen Freunde, selbst der loyale Harry sei am Ende seines Lateins, habe gesehen, wie er während Megans Wutausbrüchen auf der Terrasseketten rauchte und sich frage, wie er sich und seine Kinder von diesem giftigen Albtraum befreien und sie gleichzeitig finanziell über Wasser halten könne. Er weiß, dass keine Organisation ein solches Chaos und eine solche Inklusion lange überleben kann. Quellen, die dem Paar nahe stehen, haben vertraulich mit Meg gesprochen und darum gebeten, dass jemand eingreift, bevor Megans unkontrollierbare Wut zu körperlichen Schäden oder sogar möglichen Strafanzeigen führt, die jede Chance auf zukünftige Arbeitsverträge oder die Wiederherstellung des öffentlichen Ansehens zerstören könnten. Wenn Megans nicht sofort ernsthafte professionelle Hilfe für ihre explosiven Wutprobleme bekommt, wird der einst vielversprechende Arschwölf voraussichtlich zusammen mit Megans sich verschlechterndem Geisteszustand letztendlich in einem feurigen Wrack zusammenbrechen. Wenn es so weitergeht, können sie sich glücklich schätzen, überhaupt einen Topf zu haben, in den sie penkeln können, ganz zu schweigen davon, noch mehr Millionen zu verdienen, wie sie es geplant hatten, als sie ihre königlichen Pflichten aufgegeben hatten. Um Harrys Willen und die Stabilität der Kinder zu gewährleisten, flehen ihnen nahestehende Personen das Paar an, dort zu verlassen, bevor es zu spät ist und Megans giftiges Verhalten jede letzte Brücke um sie herum niederbrennt. Dieses Ausmaß an Funktionsstörungen ist für ein funktionierendes Unternehmen oder einen funktionierenden Haushalt einfach untragbar. Es ist wirklich eine griechische Tragödie, die sich in Echtzeit für die Sars-Axis abspielt, die noch vor einem Jahr auf unermesslichen Erfolg und Reichtum vorbereitet zu sein schienen. Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, wird Archivels giftige Zerstörung Megans giftiges Erbe sein und ernsthafte Zweifel an ihrer Stabilität und Eignung für das öffentliche Leben in der Zukunft aufkommen lassen.